Ich hab da noch nichts gehört Harko gehört Was soll das heißt, was sie dir dann immer sagen? Ach ne Gänge Oh Achso, Drohnen Okay Ich find's auch witzig, dass wenn man Verbündete hat, die trotzdem aber teilweise Dumme, roten hier Auf der Karte, diese roten Dreieck ist Auch wenn sie verbündet sind Ich seh sie doch nicht mehr, achso ja doch stimmt Na hallo, er will mit dir kuscheln, er mag dich Ah, hat die Tür geöffnet? Und will nicht mal durch Ja, ich sag, es wird ein bisschen durchlüften hier Okay Und durch Nein, hier darf man nicht Äh, wo gehen wir denn jetzt, wo waren wir noch nicht? Das ist die Lava, wo man reinfällt Du, ähm, ja Ja, Lava, wo man reinfällt, muss man auf die andere Seite gucken, vielleicht ist da was Ja Hier durch, nein, wie hieß denn, bin ich durchgegangen Ja toll, ich spring auch so gerne durch die Lava Ich bin doch nicht so verrückt wie du und spring einfach mal durch, ey Ja klar Das traue ich mich noch nicht, so weit bin ich noch nicht bei diesem Spiel Oh Gott Ja, Drohn, helft uns Warte, manchmal muss ich Komm ab vor, ey Drohn gegen Drohn Drohn gegen Drohn, finde ich gut, okay Oh Gott, super Schlachtfeld Ja, wir kämpfen gegeneinander Super kämpfen Aua, was hab ich damit zu tun, ey Was hab ich damit zu tun, lass die Ruhe, ich will in die Staffel zugucken Nein, ihr dürft nicht gewinnen Nein, die Drohnen sind unsere Drohnen Oh, unsere letzte Drohne ist gestorben, scheiße Ja, ja, schau, ja Also anscheinend sind ja die Die mit den typisfarbenen Gelenken, oder was das ist Das sind unsere Drohnen und die mit dem grünen, das sind irgendwie Gegner, oder schon Ja, er hat der mal erschaffen Ja, da rum Ja, schau, schau Oh, ich hab gar keine Waffe mehr, ich prügel mich durch, ey Ich hab ne Drohne verprügelt und so Ja, doll Ja, willst du nicht kloppen, man? Willst du nicht kloppen? Die Drohnen helfen dir Aua Okay Boah, muss ich den wegzogen, kann ich ja sagen, ey So, okay Was? Kann ich hier rüberspringen? Hier Nicht ganz, okay Oh Gott Aber du kannst nicht hoch Hilfe Hilfe, Hilfe Ich auch hier einfach mal ein bisschen nach oben und guck was ich denn Oh, hallo Schau, Arjen Hallo 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 Ich hab Munition gekriegt hier Hast du da gespockt? Munition? Raketen Wieso Raketen? Ach, geil Oh, hier ist noch mehr, geil Raketen Warum bedingt Munition? Ich hatte gar keine mehr Raketen finde ich gut Toll Ja, ich hab noch nicht Ja Ja Ist ja auch gar nicht irgendwie Ach, egal Ah 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 Es wurde nämlich gegangen Ich bin nämlich durch die Luft geflogen Gegangen Das ist irgendwie einer der schnellsten Aufzüge der Welt Evi, ich spieg nicht Da schießt jemand auf dich Egal, ich bin jetzt hier oben, jetzt bin ich glücklich Okay So, warte ich, was es hier oben gibt Was? Was ist denn hier? Swat Ja Okay Swat ist auch kein Problem mehr Wow Okay Ähm Bist du eigentlich? Du bist unten Okay, dann Da bist du Ey Was ist gespockt? Die Sachen sind gespockt Was ist denn das hier oben? Äh Ist das ein Aufzug? Das ist ein Aufzug Ja, wie hast du hier auf der oben? Äh, Aufzüge Aufzüge Aufzüge, wo ist der aufzüge Dinger auf der Karte Echt? Jo Und der, der geht mit dir so weit hoch? Was? Der da unten geht mit dir so weit hoch? Ne, da hinten ist noch einer, okay Die roten Platten sind da jetzt Okay Das check ich nicht die Anordnung Du musst hierher, ja Für hast du Leben? Du willst kurz dein Leben gebrauchen Pfff Da Ver- 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 Verstehs nicht Los, du brauchst Superschild Okay, du bist auch oben Andere Seite Okay Alter, das funktioniert Ja Ist gut Ich schuldige Verläufe Hier, du musst auf die andere Seite Hier gibt's Super, Super, Superschild Super, Superschild Ja Eigentlich nur noch alle Aber egal Also ich dachte, das ist das lila Was du mal gesagt hast Ja, ist es auch Aber da ist nur gelb Und ne andere Ei Ei Du hast doch auf die andere Seite geschaffen Obwohl du runtergefallen bist Das ist ein Fisch Das ist sehr gut Ich finde das sind wahre Kräfte Äh Wieso sind da zwei Apparate? Ja Wieso sollte ich den benutzen? Ja, eben Ich bin lila Diese verdammten Verräter Verdammte Bungee Leute Ich hasse sie Das ist ein Roter Eindeutig Ich bin lila Ja Aber das ist eindeutig ein Roter Wieso verarschen die einen so? Das ist auch Bungee Ey, Mann Typisch Okay Ja, wir wollen verarschen Echt? Die kleine Ersche So, was wollen wir jetzt hier machen eigentlich? Ja, ich bin lila Ey, ich fühl mich wie Gott gerade Ey, geil Was ist das denn? Ist das ein Lift? Nein Ich will mich wie Gott Ich fall jetzt einfach runter und guck was passiert Ja, geil Wo bin ich denn hier gelandet? Ich will ja nicht mehr sagen Oh Gott! Das sieht richtig aus Ja, da muss ich auch hin Okay Okay Ah, oh, okay Okay Schon wieder Oh Gott, nein Verpisst euch Nein Gebt weg Oh Gott, laucher Geil Okay, drüberspringen Ja Hab ich auch gemacht ey Oh Gott Au Okay Ey, dummesüchtige Leute hier mal Hm Das ist echt so Das ist echt so Hat aber nur dein Schild so ein bisschen gekratzt Ja, das ist mir alles scheißegal eigentlich Oh Gott Nein Agag, Auge hoch Agag, Auge hoch Ich dachte das ist nicht so ein Eindringling Ist das vielleicht Okay, Sackgassenlaub Geht hier keine Tür auf? Nee, tatsächlich nicht Okay Hallo Da hab ich eine getötet, ich will da trotzdem hin Hier sind vier Türen Egal So ein Ding Was zum Zerstören, okay Krieg ich ihn nicht kaputt Danke Was ist die Lava hoch Achso Hier sind wir, okay Da hab ich einen Moment in Angst, sonst ist die Lava steig Ey, das ist die Gefahr muss man, äh, hat man immer einen Warte Okay Wir sind OOOOOO Der war hinterhall Alter, was geht da, ey? ja ich dachte erst dieser steigt und singt irgendwie lang oder flammenwerfer und nein die spielst du auf dem kopf gefallen ich habe die bier zu drohen nicht im schicht ok ok oder so gott du wirst belagert und komischen gesichtslosen zeit hallo das ist für eine miene wo wir es gibt es gar nichts glaubst du hier ist ein schalter geheimer egal dass er hingeht aber was ich habe ihn gebraucht was hat er gemacht weiss ich nicht du hast bestimmt die gange da hinten geöffnet oh ich lasse mal hingehen wiiiit ey komm mit ja geil fangst fangst hallo oh fangst nett gui zuu gui zuu ähm das ist ein ding was fun to watch your work bernard war scared of you he never dreamed of using the way what i do what a fool that was that was before i was gay i talked to him when he would have crushed me if i had known of my growth i wish that i have not made him experience the humiliation that he inflicted on me how did he die before i got the shit aaaaaaah Hilfe fang wieder raus ja ok wir hätten weiss ich fang nicht ob es war noch was andres um a level ja oh nein 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 wacht ihr euch noch wusser wie sind wir hierher gekommen und nee ich mag die map gar nicht nee äh absolut nicht ich werde dir von den drohnen abgeworfen au ich sterbe schon von den drohnen ab ich renne dich vor allen monzern die ich ergreifend ich renne jetzt einfach durch mhm ähm ok viel spaß ok ich krieg arg arg es ist mir egal ja was ist hier los ja 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 alle bret äh ok ich hab sie umgebrannt die ich bin neu gerannt erEP hast du mich z溫 Ja, er riecht mich niemals! Ja! Ich hoffe, du stürst aber trotzdem noch ein paar. So ein echter Marsch, wenn die alle tot werden. Hey, ich balle die Granale ab, aber du weißt gar nicht, wie er dich wieder tot machen kann. Ich musste selber hier unseren Spawnpunkt verteidigen. Okay, so, ich bin durchgerannt. Ich bin ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Das ist eine Kreismap. Du kommst gleich, wenn du nicht durchrennst, an mir wieder vorbei. Okay, ist doch gut. Ja. Ey komm, wenn stirbt man, du Asino. Da war doch dieser Schatz. Kannst du mal sterben, danke. So, gut, so viel dazu. Gibt's hier Munition? Oh, danke. Gibt's hier Munition? Hier, bitte. Das ist toll. Ist hier Munition? Oh Gott! Nein, das ist eindeutig keine Munition. Danke. Schade. Witzig. Was ist da noch hier drin? Oh Gott, Zombies kämpfen gegen die, ich bin sehr verrückt geworden. Alter, du wirst, Alter, du sollst lieber rausgehen. Ja. Das ist alles. Hier ist alles unterwegs, geil. Wir haben Speicherpunkte auf dem Weg gefunden. Ich mag nicht wie der Schildgenerator immer noch. Was? Speicherpunkte auf dem Weg hab ich gefunden. Ja, sehr gut. Wo? So. Da. Hier unten. Kuschen. Scheide hinauf, so. Ähm, okay. Da. Äh, wo war der? Da, okay. Da, okay. Jetzt wollen wir mal hier gucken. Okay. Hier ist ein Speicherdings. Nö, wir nutzen ja gerne. Ja, ich weiß, ich hab nicht. Sehr gerne. Sehr gerne. Da.